morgen und herzlich willkommen mein name ist derim es ist wieder die tarnquess angesagt wir schauen noch mal in unsere folgen und erfolgen diese aufgaben rein wir sollen einmal nach delphi reisen um dort mit dem orakel zu sprechen und mit timon in megara sollen wir auch sprechen also machen wir das mal ein bisschen zurück mit dir denn wollen wir mal wieder paar monsters schlachten wir schon metzeln geht weiter das gefällt mir einschlag drei tod das gefällt mir hier unten war ich genau gut geht es hier weiter hallöchen mit musikeinlagen hallo die trank nämlich mit das lasse ich hier dass ich hier zwischen durch ich mal wieder ordentlich hinsetzen gold nehme ich natürlich mit ja gucken wir uns jetzt mal an einmal drücken du kannst weg okay du kannst weg lebenskraft schaden was ist das denn weg 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 nicht lang überlegen einfach weg damit weg weg oben hab ich alles gemacht gut 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 ich könnte zwischendurch mal was trinken was heißt das denn? Schildgrüben ok oh man wenn ihr mich angreifen wollt Schildgrübenpanzer ok Kussschwert lass ich da und Skelette wieder Hallo Zwischendurch mal was trinken ja hier liegt schon was einsammeln Getränke ja was lass ich da so übersehe ich die immer so läuft doch Gold nehme ich mit gold nehme ich mit danke zack zack so so stirb zäht 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 so zäht Tränke kaufen auch so neige ich wollte euch erst mal hier schlachten da ist neuer, gerade eine Attacke kommt sie auch runter zu mir? nicht so wirklich, ne? gucken, ob keiner guckt ui 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 das sieht ja schick aus aber indigent von daher brauchen wir nicht hmmm brauchen wir nicht hallo da bin ich schon wieder habt ihr mich vermisst energie tragen wir gleich mit neee schön alles mitnehmen sooo ein bisschen schlachten einmal alle töten hier ich ich schockt ja was salz schocker schamane schocker soweit so gut knochenhaufen ist noch hier natürlich hüde hab ich ne hüde für sie tatsache mal wir müssen in den Augen reinkommen wir wollen ja nicht um sterben ne? hallo was ist denn hier so schönes schocker 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 und spinnen das war mal tierisch schocker schocker nimmst gleich anschauen weg auch nicht so heilig heilig großartig vorstellen freut mich glaube ich nicht oder? und doch ich bin der tier schocker heilig schocker ja so kurze schwer brauchen wir nicht gesundheitstrank brauchen wir des geistes in der ok ok was haben wir so schönes ich sehe ein gesundheitstrank nehmen wir wollten was lasse ich hier was bist du wieder ein schamane hier ja ihr seid alle mal dran ich weiß ich wiederhole mich aber ist immer so ihr seid alle mal dran und wir spinnen zack hmm weg damit hallo die armen schildkröten aber wenn sie mich angreifen wollen ok stopp dich mit trinken trinken schluck kappe hier noch einfache gesundheitshalte ja ja trinken zu bericht ich nehme ich nicht mit brauche ich nicht verbaren schild können wir uns mal angucken an meinen jetzigen schild kommt glaube ich so schnell keiner ran sieht auch optisch her richtig gut aus so ist noch alt wofür ist so der dauernd rinnein gold bitte mitnehmen danke mensch ins kinder hier ist noch treibgut so gold dankeschön Hallo, Vikara sind wir. Guten Tag! Ja, guten Tag auch. Ähm. Wie kann ich euch jetzt mal nicht? Warte mal. Ich mach das jetzt mal so rein. Oh, vielleicht gucke ich's mal. Ich brauche mich das bestimmt mal auf, wenn ich mal Zeit für mich habe. Ja, danke. Ähm. Wo haben wir denn noch einen Verkäufer? Wo haben wir noch einen Verkäufer? Wo haben wir noch einen Verkäufer? Hier haben wir noch. Willkommen, willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Ähm. Ich suche nach gar nichts. Ich will bloß verkaufen. Ich kann ja, wenn ich schon mal hier bin, könnte ich hier mal gucken. Ich muss von sich. Okay. Doppelachse. Aha. 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 Tränke in meine... In meine Tasche zu haben. Was willst du denn? Schwert und Schild sind nicht dein Stil. Ich denke, es war mir ein Vergnügen. Ja. Mir auch. Das war schon? Okay. Gut. Aber. 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 Was die Leutings hier so zu sagen haben, sehen wir in der nächste Folge. Und daher sage ich jetzt tschüss. Und wir sehen uns in der nächste Folge. Bye, bye.